Musik So Papa, Villa Renier, du bist wohl endlich einmal zufrieden mit mir. Denn nun kommt der Vallierstrumpf zum Renier-Schuh. Also das ist das größte Geschäft meines Lebens. Dann habe ich ein paar Jahre vergeblich gearbeitet. Und in ein paar Tagen hat es dein leichtsinniger Herr Sohn geschafft. Na, du bist eben ein Prachtlömmel. Ganz der Papa. Musik Na, du bist eben ein Prachtlömmel. Nein, nein, nein. Musik Das ist aber auch die höchste Zeit, zu verschwinden. Dieser André kriegt mich nicht. Und das nennt sich Happy End. So ein Sausewind. Ach, Herr Vallier, gut, dass Sie da sind. Sie müssen mir helfen. Bleiben Sie mir bitte Ihren Waden. Ich muss sofort weg von Ihnen. Sehr gerne. Ich freunde mal mein Sohn. Ach, das macht nichts, Herr Vallier. Ich bläse Sie an. Kriegen Sie mich, wohin Sie wollen. So schnell, so schnell. Los. Musik 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 Herr Vallier, was werden Sie jetzt mit mir machen? Wollen Sie mit mir durchbrennen? André! Vallier! André! Wollen Sie mit mir? Wollen Sie mit mir durchbrennen? 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 Ja! Jetzt ist die Richtung, sondern ob sie mit mir durchbrennen? Vielen Dank.